Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Moritz und in diesem Affiliate Marketing Tutorial zeige ich dir, was Affiliate Marketing überhaupt ist, wie es funktioniert und wie du mit Affiliate Marketing starten kannst. Keine Sorge, ich werde dir hier auch keinen Kurs verkaufen. Ich finde sowas selber total nervig. Ich hoffe einfach nur, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen kann zu verstehen, wie Affiliate Marketing überhaupt funktioniert. Ich werde ein bisschen über meine eigenen Erfahrungen mit Affiliate Marketing sprechen und hoffe, dass du dadurch etwas Neues lernen kannst. Wenn das so ist, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben geben kannst, abonniere meinen YouTube-Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Im Affiliate Marketing gibt es drei wichtige Teilnehmer. Die Merchants bzw. Händler, das sind Unternehmen, die Produkte entwickeln und Produkte verkaufen wollen. Dann gibt es noch Affiliates, das können ganz normale Leute sein, so wie du und ich. Und Affiliates verkaufen die Produkte für die Unternehmen über das Internet. Und wenn ein Affiliate ein Produkt erfolgreich verkauft hat, dann bekommt der Affiliate dafür eine Provision und diese Provision, die liegt meistens zwischen 10 und 20 Prozent des Verkaufspreises. Und dann gibt es auch noch sogenannte Affiliate Netzwerke. Und die Affiliate Netzwerke, die kümmern sich um die ganze technische und finanzielle Abwicklung und sorgen dafür, dass die Produktverkäufe auch den richtigen Personen zugeschrieben werden. Und die Affiliate Netzwerke, die kümmern sich dann auch später um die Auszahlung von der Provision. Und im Mittelpunkt dieser Konstellation ist ein sogenannter Affiliate Link. Der Affiliate Link, der sorgt dafür, dass die Zusammenarbeit überhaupt funktioniert. Und über den Affiliate Link werden die ganzen Produktverkäufe getrackt und darüber kann zugeordnet werden, welcher Affiliate für welche Produktverkäufe verantwortlich ist. Und dementsprechend wird dann auch die Provision berechnet und ausgezahlt. Das heißt, Affiliate Marketing ist einfach nur ein Vertriebskanal für Unternehmen, um mehr Produkte zu verkaufen. Und es ist eine Möglichkeit für Leute, die zum Beispiel eine Webseite haben, ein zusätzliches Einkommen zu erzielen. Das Ganze beginnt, indem sich ein Unternehmen bei einem Affiliate Netzwerk registriert und die Produkte anbietet. Das Affiliate Netzwerk erstellt dann automatisch diese speziellen Affiliate Links für jedes Produkt. Und dann haben Affiliates die Möglichkeit, diesen Link zum Beispiel auf ihrer eigenen Webseite zu benutzen. Und wenn eine Person dann die Webseite besucht und auf den Link klickt und das Produkt kauft, dann bekommt der Affiliate dafür eine Provision ausgezahlt. Ich habe zum Beispiel Affiliate Links auf meiner Webseite für verschiedene Softwareprodukte, die ich selber für meine tägliche Arbeit benutze. Viele Leute scheinen sich dafür zu interessieren und deshalb bietet sich sowas natürlich an, um damit ein kleines zusätzliches Einkommen zu erzielen, ohne dabei einen größeren Arbeitsaufwand zu haben. Das ist natürlich eine schöne Sache, aber was ich persönlich noch viel besser finde, ist, dass man als Affiliate keinen direkten Kundenkontakt hat. Dir gehört das Produkt nicht, du verkaufst nur das Produkt für andere Unternehmen. Und wenn ein Kunde mit dem Produkt unzufrieden ist, dann musst du dich nicht mit irgendwelchen Retouren beschäftigen. Ein weiterer Vorteil ist, dass du keine oder nur sehr geringe Startup-Kosten hast. Natürlich ist es hilfreich, wenn du eine Webseite hast. Das kostet vielleicht 50 Euro pro Jahr für das ganze Hosting und das sind wirklich sehr geringe Anschaffungskosten, wenn man das mal mit anderen Geschäftsideen vergleicht. Und aus diesem Grund empfehle ich immer allen Leuten, die entweder Online-Marketing lernen möchten oder die versuchen möchten, online ein bisschen Geld zu verdienen, eine eigene Webseite zu erstellen, dann versuchen, Traffic für diese Webseite zu bekommen und später mit Hilfe von Affiliate-Marketing diese Webseite zu monetarisieren. Es ist extrem zeitaufwendig und auch nicht einfach. Und wenn du es versuchst, aber trotzdem keinen Erfolg hast und auch keine Einnahmen erzielst, dann wirst du trotzdem lernen, wie man eine Webseite erstellt, wie man Traffic für eine Webseite bekommt, wie das ganze Online-Marketing funktioniert. Und das kann dir alleine schon sehr viele Türen öffnen für neue Jobmöglichkeiten, für eine Beförderung oder ein höheres Gehalt. Und wenn du jetzt vorhast, mit dem Affiliate-Marketing richtig durchzustarten, dann gibt es noch ein paar wichtige Spielregeln, an die du dich unbedingt halten solltest. Es ist ganz wichtig, als Affiliate-Marketer authentisch zu bleiben. Wenn du versuchst, einfach nur möglichst viele Produkte zu verkaufen, dann nimmt dich irgendwann keiner mehr ernst, weil die Leute das natürlich auch durchschauen. Das liegt natürlich auch daran, dass es im Affiliate-Marketing wirklich viele Scammer gibt. Und glaub mir, du möchtest nicht so eine Person sein, weil niemand solche Leute mag. Eine gute Moral ist im Affiliate-Marketing extrem wichtig. Dein Ziel sollte es immer sein, möglichst hochwertigen Inhalt zu erstellen, der anderen Leuten auch weiterhilft. Und dann gibt es auch garantiert verschiedene Möglichkeiten, wie du das mit verschiedenen Affiliate-Produkten verbinden kannst. Aber wenn du einfach nur versuchst, möglichst viele Produkte zu verkaufen, die du gar nicht verstehst und auch gar nicht weißt, was das überhaupt ist, dann wirst du damit garantiert keinen langfristigen Erfolg haben. Soviel erstmal zur Theorie. Du solltest jetzt wissen, wie das Affiliate-Marketing aufgebaut ist und wie es funktioniert. Als nächstes zeige ich dir noch, wie du Produkte findest, wie du einen Link für das Produkt bekommst und wie viel man damit verdienen kann, beziehungsweise wie hoch die Provisionen sind. Das erste Affiliate-Programm, das ich dir zeigen möchte, ist das Amazon-Affiliate-Programm. Das ist aktuell auch eines der größten Affiliate-Netzwerke, die es am Markt gibt. Und deswegen ist das einfach ein ganz guter Startpunkt, wenn du vorhast, mit dem Affiliate-Marketing zu beginnen. Ich befinde mich gerade auf der Startseite. Hier kannst du dich direkt registrieren und ein Konto erstellen. Den Link dazu, den findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und wenn du dich registriert hast und ein Konto erstellt hast, dann hast du die Möglichkeit, wirklich jedes Produkt, das du auf Amazon findest, auch als Affiliate zu bewerben. Bei der Anmeldung musst du eine Webseite angeben oder ein Social-Media-Konto, also zum Beispiel dein Instagram-Konto oder einen YouTube-Channel, wenn du so etwas hast, oder irgendetwas anderes. Das heißt, theoretisch ist es auch möglich, das Amazon-Affiliate-Programm zu nutzen, ohne eine eigene Webseite zu haben. Normalerweise kann sich auch jeder ohne Probleme für das Amazon-Affiliate-Programm registrieren. Und sobald du das erste Produkt verkauft hast, prüft dann Amazon nochmal deine Bewerbung. Es wird geguckt, dass du auch die Richtlinien von Amazon nicht verletzt. Und ganz wichtig, du musst innerhalb von 180 Tagen das erste Produkt verkaufen. Ansonsten wird dein Konto gelöscht. Und langfristig musst du auch innerhalb von 180 Tagen mindestens einen Produktkauf haben, weil ansonsten musst du die ganze Registrierung nochmal von vorne machen. Bei der Provision gibt es ein paar Unterschiede. Bei manchen Produkten ist die ein bisschen höher, bei anderen Produkten ist die ein bisschen niedriger. Das kommt immer darauf an, was das genau für ein Produkt ist und in welcher Produktkategorie es sich befindet. Die höchste Provision, die du aktuell bekommen kannst, die liegt bei 12%. Das kann sich aber auch jederzeit ändern. Vor circa ein, zwei Jahren hat Amazon die Vergütung ziemlich stark reduziert. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel das damals war, aber ich glaube, die war circa 5 bis 10% höher, als sie heute ist. Und das muss dir einfach bewusst sein, dass du wirklich eine Abhängigkeit von Amazon hast und dass Amazon von den einen auf den anderen Tag entscheiden kann, dass die Provision nur noch 5 oder 10% ist und nicht mehr die 12%, wie es heute zum Beispiel ist. Weiter unten findest du auch nochmal eine Übersicht von der Provision. Du findest hier den Abschnitt, wie verdiene ich mit diesem Programm Geld. Und wenn du auf mehr erfahren klickst, dann öffnet sich nochmal eine Tabelle mit der Provision und da findest du, wie viel du für bestimmte Produktkategorien an Provisionen bekommen kannst. Die Tabelle können wir uns auch nochmal etwas genauer anschauen. Auf der linken Seite findest du zum Beispiel eine Übersicht von den verschiedenen Produktkategorien, die es gibt. Und rechts daneben findest du die Umsätze. Und diese Umsätze, die bestimmen dann auch, wie viel Provision du für die ganzen verkauften Produkte bekommst. Zum Beispiel gibt es bei Amazon Fashion für alle Umsätze unter 15.000 Euro eine Provision von 10% und für alle Umsätze, die über 15.000 Euro sind, sogar eine Provision von 12%. Bei der Vergütung wird auch nochmal zwischen direkt qualifizierten Verkäufen und indirekt qualifizierten Verkäufen unterschieden. Wenn du zum Beispiel einen Affiliate-Link für einen Staubsauger hast und eine Person auf den Affiliate-Link klickt und dann den gleichen Staubsauger kauft, dann ist das ein direkt qualifizierter Verkauf. Oder wenn die Person einen anderen Staubsauger kauft, dann ist das auch noch ein direkt qualifizierter Verkauf. Und wenn eine Person auf den Link klickt und ein Produkt aus einer anderen Kategorie kauft, dann bekommst du trotzdem noch eine Provision dafür. Die liegt dann aber nur bei 1,5%. Der Verkauf muss auch immer innerhalb von 24 Stunden erfolgen. Das heißt, wenn eine Person auf deinen Link klickt und innerhalb von 24 Stunden irgendein Produkt auf Amazon kauft, dann bekommst du auf jeden Fall eine Provision dafür. Und wenn die Person auf deinen Link klickt und erst nach 25 Stunden irgendein Produkt kauft, dann bekommst du dafür auch keine Provision mehr. Und ganz rechts in der Tabelle findest du auch nochmal die Provision für eine Amazon-Influencer-Seite. Das ist eine ganz gute Alternative für Leute, die vielleicht keine eigene Webseite haben, sondern nur auf verschiedenen Social-Media-Kanälen unterwegs sind. Und für eine Amazon-Influencer-Seite musst du dich nochmal über einen anderen Weg anmelden. Den Link dazu, den findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und wenn du dich dafür angemeldet hast, dann hast du die Möglichkeit, deine eigene Amazon-Seite zu erstellen. Und auf dieser Seite kannst du dann verschiedene Produkte hinzufügen. Die Produkte kannst du natürlich jederzeit bearbeiten. Du kannst neue Produkte hinzufügen, du kannst Produkte entfernen. Aber von der Provision her ist das eigentlich genau das Gleiche. Das sind erstmal die wichtigsten Grundlagen. Du weißt jetzt, wie du dich für das Amazon-Affiliate-Programm anmeldest. Und du weißt ungefähr, wie viel Provision du bekommen kannst. Den ganzen Anmeldeprozess werde ich in diesem Video überspringen. Es ist aber auch wirklich nicht schwierig. Du kannst da eigentlich nichts falsch machen. Und das Ganze dauert nur wenige Minuten. Ich habe schon ein Konto. Deswegen möchte ich dir als nächstes zeigen, wie du dich in der Benutzeroberfläche zurecht findest. Und wie du es schaffst, deinen ersten Affiliate-Link zu erstellen. Ich befinde mich auf der Startseite von meinem Amazon-Affiliate-Konto. In der Mitte siehst du direkt eine Einnahmenübersicht der letzten 30 Tage. Die ganzen Klicks, die werden hier auch nochmal angezeigt. Und ganz unten findest du eine Übersicht von den Einnahmen. Insgesamt habe ich 18 Euro in den letzten 30 Tagen mit den Amazon-Affiliate-Links verdient. Und es wurde insgesamt ein bisschen über 500 Mal auf die Links geklickt. Auf der rechten Seite findest du auch nochmal eine Zusammenfassung von dem aktuellen Monat. Du siehst, wie viele Produkte verkauft wurden, wie viele Einnahmen du damit erzielt hast, wie viele Klicks erzielt wurden und wie hoch die Conversion-Rate ist. Es sind keine hohen Einnahmen, die ich damit erziele. Ich benutze die Affiliate-Links aber auch nur in meiner Videobeschreibung für das Mikrofon, das ich benutze, oder die Kamera, die ich benutze, für den Fall, dass das irgendjemanden interessiert. Es ist aber auch kein zusätzlicher Aufwand für mich. Deswegen ist das eine Sache, die man auf jeden Fall mitnehmen kann. Dann findest du in dem oberen Bereich, in dem Menü, auch noch ein paar weitere Funktionen. Das meiste davon, das brauchst du tatsächlich gar nicht. Du hast hier zum Beispiel die Möglichkeit, Partner-Links zu erstellen. Es gibt aber einen viel einfacheren Weg, über den du das machen kannst. Das werde ich dir auch gleich nochmal zeigen. Dann gibt es hier verschiedene Widgets, das du wahrscheinlich auch nicht brauchst. Es gibt hier verschiedene Angebote und Aktionen. Und das Einzige, was du brauchst, das ist der Site-Scribe. Das ist ein Tool, mit dem du die Affiliate-Links direkt auf Amazon erstellen kannst. Das werde ich dir gleich zeigen. Rechts daneben findest du noch die Berichte. Hier hast du zum Beispiel die Möglichkeit, dir die Einnahmen auch nochmal über einen längeren Zeitraum anzuschauen. Aber ansonsten gibt es hier wirklich keine weiteren Funktionen, die du wirklich brauchst. Deswegen können wir uns als nächstes anschauen, wie du einen Affiliate-Link erstellen kannst. Und in diesem Bereich ist auch erklärt, wie dieser sogenannte Site-Scribe funktioniert. Du musst dafür auch nichts installieren. Du musst dich einfach nur auf Amazon.de mit den gleichen Zugangsdaten anmelden, die du auch für das Amazon Partnernet verwendest. Und dann wird der Site-Scribe automatisch angezeigt und du kannst darüber deine Affiliate-Links erstellen. Wenn ich zum Beispiel Amazon öffne, dann wird ganz oben der Site-Scribe angezeigt. Und ich kann hier jetzt nach irgendeinem bestimmten Produkt suchen, zum Beispiel Kopfhörer. Und dann kann ich ein Produkt auswählen. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du oben links auf Text klicken. Und dann wird automatisch der Affiliate-Link für dieses Produkt angezeigt. Du hast auch die Möglichkeit, auf das Image zu klicken. Dann wird hier ein HTML-Code erstellt. Und diesen HTML-Code, den kannst du dann auf deiner Webseite benutzen. Und dann wird auf deiner Webseite auch das Bild angezeigt. Und in diesem Bild befindet sich dann auch der Affiliate-Link. Und wenn eine Person da draufklickt und ein Produkt kauft, dann bekommst du eine Provision dafür. Und dann hast du auch die Möglichkeit, beides gleichzeitig zu erstellen, den Text und das Image. Dann findest du auch nochmal eine Vorschau, wie das ungefähr aussieht. Und wenn du das ganz gerne auf deiner Webseite oder irgendwo anders einbinden möchtest, dann kopierst du dir einfach den HTML-Code raus und fügst ihn ein, wo auch immer du den Link benutzen möchtest. Ja, und das ist eigentlich alles, was du wissen musst, wenn du vorhast, Amazon-Produkte als Affiliate zu bewerben. Wie du gesehen hast, ist es wirklich sehr einfach, das Ganze einzurichten. Und deswegen ist Amazon wirklich ein super Affiliate-Programm, gerade für Anfänger. Als nächstes möchte ich dir noch ein paar weitere Affiliate-Programme zeigen, die in Deutschland sehr beliebt sind und über die du auch nochmal ein paar andere Produkte findest. Eines der größten Affiliate-Netzwerke ist Arvin. Der ganze Bewerbungsprozess, der ist ein bisschen komplizierter im Vergleich zu Amazon. Hier muss man wirklich nachweisen, dass man eine Webseite hat und dass man Traffic auf diese Webseite auch bekommt. Und wenn man für ein bestimmtes Unternehmen als Affiliate Werbung machen möchte, dann muss man sich auch zuerst bei dem Unternehmen bewerben. Das Unternehmen schaut sich dann dein Profil an, in deinem Arvin-Profil. Da musst du natürlich Angaben machen zu deiner Webseite, wie viel Traffic du bekommst und so weiter. Und das Unternehmen entscheidet dann, ob du auch ein geeigneter Affiliate für das Produkt bist, das die anbieten, oder nicht. Und dann kann es eben auch sein, dass du für manche Unternehmen die Produkte gar nicht als Affiliate bewerben kannst. Und bei Arvin gibt es nochmal komplett andere Produkte als bei Amazon. Du findest auf der linken Seite zum Beispiel verschiedene Branchen. Du kannst hier ein paar Filter setzen. Zum Beispiel gibt es hier auch viele Finanzprodukte. Du kannst zum Beispiel Kredite auswählen. Und dann findest du hier verschiedene Anbieter, die Kredite anbieten. Und dann kannst du natürlich auch diese Kredite als Affiliate bewerben. Es gibt hier verschiedene Versicherungen. Es gibt auch Kreditkarten. Und wenn du für solche Produkte Inhalte erstellst, dann kannst du natürlich auch diese Produkte als Affiliate bewerben. Es gibt hier auch noch den Telco-Bereich. Den Finanzbereich, den kann ich erstmal wieder entfernen. Und in dem Telco-Bereich, da gibt es zum Beispiel auch Internet-Provider. Es gibt hier Mobilverträge. Es gibt hier verschiedene Software-Downloads, Tickets, Web-Hosting und so weiter. Also wirklich nochmal komplett andere Bereiche, die über das Amazon-Affiliate-Programm gar nicht abgedeckt werden. Dann gibt es auch noch den Travel-Bereich. Hier gibt es Fluggesellschaften, Hotels, Übernachtungen, Kreuzfahrten, Mietwagen, Reisebüro, Züge und so weiter. Dann möchte ich dir noch Digistore24 zeigen. Hier kann man sich auch wirklich schnell und problemlos anmelden. Oben rechts in der Ecke findest du den Marktplatz. Und wenn du hier draufklickst, dann findest du eine Übersicht von den ganzen Produkten, die man auf Digistore24 findet. Und das Besondere an Digistore24, das sind die Produkte. Du findest hier überwiegend digitale Produkte. Wenn man ein bisschen nach unten scrollt, dann findet man hier auch Events und Seminare, die man als Affiliate bewerben kann. Man findet hier ein paar Dienstleistungen und auch ein paar Versandprodukte. Aber von den digitalen Produkten gibt es wirklich die meisten. Man hat ja die größte Auswahl und damit ist Digistore24 auch bekannt geworden, dass man überwiegend Online-Kurse als Affiliate über Digistore bewerben kann und dementsprechend auch hohe Provisionen damit erzielen kann. Teilweise gibt es hier ein paar außergewöhnliche Produkte, zum Beispiel aus dem Bereich Dating, Beziehung, aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Politik und Wirtschaft, Recht und Gesetz, Esoterik, Tanz und Musik, Haustiere. Also wirklich Produkte, die man nicht überall findet. Und wenn du ein Produkt bewerben möchtest, dann klickst du einfach drauf. Ich kann zum Beispiel mal die Tiere und Haustiere auswählen. Und hier werden mir jetzt über 100 Ergebnisse, also über 100 Produkte aus dieser Kategorie angezeigt, die ich als Affiliate bewerben kann. Und du siehst auch, dass man wirklich eine recht hohe Provision erzielen kann. Mit einem Verkauf von diesem Produkt kann man über 30 Euro Einnahmen erzielen. Das Produkt ist natürlich sehr beliebt. Das erkennst du an der Popularität. Und das ist natürlich eine Sache, wo du immer so ein bisschen aufpassen solltest. Weil wenn schon viele Leute das Produkt bewerben, dann ist es natürlich auch deutlich schwieriger für dich, dieses Produkt zu verkaufen und darüber Einnahmen zu erzielen. Deswegen hast du auch die Möglichkeit, die Suchfunktion zu benutzen. Zum Beispiel kannst du die ganzen Ergebnisse nach dem Erscheinungsdatum sortieren. Hier findest du dann die neuesten Produkte. Und da ist natürlich die Chance ein bisschen höher, dass wenige Leute dieses Produkt bisher bewerben. Hier haben wir jetzt das Produkt Werde ein Pferdemagnet. Und wenn du das ganz gerne bewerben möchtest und den Leuten dabei helfen möchtest, ein Pferdemagnet zu werden, dann klickst du einfach auf jetzt promoten. Und dann wird dir hier der Affiliate-Link bzw. der Promo-Link angezeigt. Und diesen Link, den kannst du dann auch auf deiner Webseite einbinden. Und wenn eine Person da draufklickt und dann das Produkt kauft, dann bekommst du 65 Euro Provision dafür. Es gibt natürlich noch weitere Affiliate-Programme, zum Beispiel 100partnerprogramme.de oder CJ.com. Und eigentlich haben auch 80 bis 90 Prozent aller Unternehmen ein Affiliate-Programm. Deshalb würde ich dir einfach empfehlen, dass du einfach nach den Namen des Unternehmen googelst und dahinter dann Affiliate- oder Partnerprogramm schreibst. Und dann findest du auch garantiert ein Ergebnis. So, und wenn man ein Unternehmen oder ein Produkt gefunden hat, dann geht die Arbeit auch erst richtig los. Du musst nämlich Leute finden, die auf deine Affiliate-Links klicken und dir auch etwas kaufen, weil ansonsten bekommst du natürlich auch keine Provision. Es gibt verschiedene Wege, über die du Traffic bekommen kannst. Aber zuerst ist es wichtig, dass du den Unterschied zwischen bezahltem Traffic und organischem Traffic verstehst. Bezahlter Traffic, das ist zum Beispiel Google-Ads, Facebook-Ads, Instagram-Ads und so weiter. Also Traffic, den du dir erstmal einkaufen musst. Du zahlst pro Klick, meistens ist das so zwischen 1 und 2 Euro. Das kann aber auch sehr stark variieren, je nachdem, wie hochwertig die Qualität von dem Klick ist. Bezahlter Traffic, das ist auf jeden Fall der einfache Weg. Aber 99% aller Leute, die das versuchen, die werden damit garantiert Verluste machen. Das liegt einfach daran, dass PPC-Werbung in den letzten Jahren ziemlich teuer geworden ist. Du musst es auch erstmal schaffen, dass die Leute auf deine Anzeige klicken, auf deiner Webseite bleiben und dann nochmal auf den Affiliate-Link klicken und dann am Ende das Produkt auch kaufen, damit du überhaupt irgendwelche Einnahmen damit erzielst. Natürlich ist das möglich und es ist eine Rechenaufgabe, wenn du es zum Beispiel schaffst, dass deine Einnahmen höher sind als deine Ausgaben, dann kann man das Ganze natürlich über bezahlte Werbung sehr schnell hochskalieren. Und wenn du jetzt überlegst, den Affiliate-Link einfach direkt in der Werbeanzeige zu benutzen, versuche es erst gar nicht. Google und Facebook, die mögen das überhaupt nicht. Dein Werbekonto, das wird garantiert sofort gesperrt und das ist einfach nur ein extrem nerviger Prozess. Deswegen fang damit am besten gar nicht erst an. Deshalb bevorzuge ich im Affiliate-Marketing den organischen Traffic. Das ist natürlicher, das ist vertrauenswürdiger, das ist nachhaltiger. Der Traffic ist auch kostenlos, aber man muss dafür natürlich Geduld haben. Man muss wirklich viel Zeit investieren und das ist auch der Grund, warum die meisten Leute daran scheitern. Und wenn man vom organischen Traffic spricht, dann bedeutet das eigentlich nur, dass man Inhalte für die Suchmaschine oder für den Algorithmus optimiert, damit der Inhalt auch angezeigt wird, wenn eine Person danach sucht. Ich selber habe zum Beispiel vor circa zwei Jahren ein kleines Affiliate-Marketing-Projekt gestartet. Ich wollte einfach mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Ich habe mir dafür einen Monat Zeit genommen. Ich habe eine Webseite erstellt für ein sehr spezielles Produkt. Und dann habe ich einen Monat lang wirklich jeden Tag einen Blogpost veröffentlicht und jeden Blogpost für verschiedene Keywörter optimiert. Das war unglaublich viel Arbeit, aber die Webseite bekommt zwei Jahre später immer noch täglich über 50 Besucher pro Monat, wirft die Webseite circa 20 bis 30 Euro ab. Na klar ist das nicht viel, aber es zeigt, dass es funktioniert. Aber man muss auch wirklich sehr viel Zeit reinstecken, wenn man vorhat, damit mehrere hundert oder tausend Euro pro Monat zu verdienen. Das Ganze fällt einem natürlich leichter, wenn man Inhalte erstellt, für die man sich auch selber interessiert, die man selber versteht und die einem Freude bereiten. Gleichzeitig sollte man natürlich auch versuchen, Inhalte mit einer Kaufintention zu erstellen, falls das möglich ist, weil du natürlich auch ein bisschen Provision verdienen möchtest. Und wenn du eine Webseite hast, dann kannst du die Inhalte auf verschiedenen Plattformen veröffentlichen und den Traffic, den kannst du dann immer wieder zurück auf deine Webseite schicken. Das heißt, die Webseite, das ist so ein bisschen das Grundgerüst im Affiliate-Marketing und deswegen möchte ich dir als nächstes noch kurz zeigen, wie du eine neue Webseite erstellst. Wenn du eine neue WordPress-Webseite erstellen möchtest, brauchst du zuerst einen Hosting-Anbieter. Und den Hosting-Anbieter, den ich in diesem Video benutzen werde, der heißt allinkel.com. Dieser Hosting-Anbieter ist aktuell einer der günstigsten Anbieter in Deutschland. Es gibt verschiedene Pakete für das Web-Hosting, zum Beispiel das private Paket, das werde ich auch für dieses Tutorial benutzen. Das kostet 5 Euro pro Monat, 1 Euro kommt noch zusätzlich drauf, weil man auch ein SSL-Zertifikat benötigt. Dann gibt es auch noch Privat Plus, wenn du zum Beispiel bis zu 5 Domains benutzen möchtest, also 5 verschiedene Webseiten auch haben möchtest. Und dann gibt es den gleichen Tarif auch noch für 10 Domains und für 20 Domains. Der günstigste Tarif, der private Tarif, damit kannst du insgesamt 3 Domains benutzen. Das ist auch alles inklusive und die ersten 3 Monate, die gibt es auch kostenlos. Ich klicke jetzt erstmal auf die Bestellung und dann hast du die Möglichkeit, in dem nächsten Abschnitt direkt deinen Domain-Namen anzugeben und zu prüfen, ob der auch verfügbar ist. Dann musst du deine persönlichen Daten angeben. Anschließend bekommst du einen Freischaltcode zugeschickt. Ich würde dir empfehlen, das einfach per SMS zu machen. Du kannst das auch per Post machen, aber das dauert dann 2-3 Werkstage. Und am Ende musst du noch deine Zahlungsinformationen hinzufügen. Du hast die Möglichkeit, eine monatliche Abrechnung zu benutzen. Du kannst das Ganze natürlich auch schon für die nächsten 3 Jahre im Voraus zahlen. Und dann bekommst du auch einen Rabatt, je nachdem welchen Zeitraum du auswählst. Dann kannst du deine ganzen Daten nochmal überprüfen und die Bestellung abschließen. Danach bekommst du direkt den Freischaltcode zugeschickt. Den musst du kurz eingeben und dann kannst du deinen Tarif bzw. dein Konto auch direkt freischalten. Über den Kunden-Login oben rechts in der Ecke kannst du dich dann anmelden. Die Zugangsdaten, die bekommst du per E-Mail zugeschickt. Es gibt bei All Inkel einmal die Members Area. Da kannst du deine ganzen vertraglichen Sachen bearbeiten. Und dann gibt es auch noch den Cast-Bereich. Das ist die technische Verwaltung. In diesem Bereich werden wir gleich WordPress installieren. Und dann gibt es auch noch Webmail und den FTP-Bereich. Den brauchen wir aber erstmal nicht. Die Kundennummer für die Members Area, die bekommst du per E-Mail zugeschickt. Das Passwort ist das Passwort, das du auch gerade festgelegt hast. Und aus der Members Area kannst du dann auf den Cast-Bereich, also auf die technische Verwaltung zugreifen. Ich melde mich kurz an und dann zeige ich dir, wie du das alles einrichtest. In diesem Bereich kannst du deine Rechnungen einsehen und herunterladen. Du kannst auch in diesem Bereich das SSL-Zertifikat erstellen. Das SSL-Zertifikat sorgt einfach nur dafür, dass du eine sichere Verbindung hast. Wenn du zum Beispiel links neben dem Domain-Namen auf das Schloss klickst, dann siehst du, dass diese Verbindung sicher ist. Und so etwas bekommst du mit dem SSL-Zertifikat. Und wenn du das nicht hast, dann wird eine unsichere Verbindung angezeigt. Und es kann passieren, dass eine Person deine Webseite nicht aufrufen kann. Wir gehen jetzt aber zuerst in die technische Verwaltung. Das findest du auf der linken Seite. Und in diesem Bereich können wir als nächstes WordPress installieren. Bei mir ist der Cast-Bereich noch nicht freigeschaltet. Das dauert ein paar Minuten. Deswegen musst du dich da vielleicht auch ein bisschen gedulden, wenn das bei dir genauso aussieht. Und inzwischen wurde der Bereich bei mir freigeschaltet. Es hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert als gedacht. Und wenn das bei dir auch etwas länger dauert oder du irgendwelche Probleme hast, dann kannst du auch jederzeit dem Support per E-Mail schreiben. Und die melden sich dann auch in der Regel innerhalb von wenigen Stunden. Wenn das bei dir genauso aussieht und du den Cast-Bereich auswählen kannst, dann klickst du einfach auf den Login. Und dann öffnet sich die technische Verwaltung in einem neuen Tab. Und auf der linken Seite findest du verschiedene Funktionen in diesem Bereich. Du findest zum Beispiel die Domains ganz am Anfang. In diesem Bereich hast du die Möglichkeit, eine neue Domain anzulegen. Und hier findest du auch die Domain, die du am Anfang ausgewählt hast. Ich habe die Domain staubsauger-experte24.de genommen. Ich würde dir auch empfehlen, für eine Affiliate-Webseite einen sehr präzisen Domain-Namen auszuwählen. Und dann wirklich nur für diese Produktkategorie verschiedene Blog-Beiträge veröffentlichen. Du kannst Produkte vergleichen und so weiter. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst. Und wenn man sich auf ein Produkt spezialisiert, dann ist es auch einfacher, in diesem Bereich schneller Vertrauen aufzubauen. So, und wenn du WordPress installieren möchtest, dann klickst du auf der linken Seite auf die Software-Installation. Hier findest du verschiedene Programme, die du installieren kannst. Das, was ich dir empfehlen würde, zu benutzen, das ist WordPress. Das ist ein Content-Management-System, was auch wirklich dafür entwickelt wurde, möglichst viele Blog-Beiträge zu verfassen und viel Content zu veröffentlichen. Und das ist natürlich auch genau das, was du brauchst, wenn du eine Affiliate-Webseite erstellen möchtest, weil du über die ganzen Blog-Beiträge dann auch dafür sorgen kannst, dass du regelmäßig kostenlosen Traffic für deine Webseite bekommst. Wenn du WordPress ausgewählt hast, dann klickst du einfach auf Weiter. In dem nächsten Schritt musst du deine Domain auswählen und dann kannst du auf Weiter klicken. Wenn das deine erste Webseite ist, dann kannst du den nächsten Schritt auch überspringen. Dann wird eine neue Datenbank erstellt. Und am Ende musst du deine Benutzernamen, beziehungsweise die Login-Informationen, für deine WordPress-Webseite festlegen. Als Benutzernamen kannst du einfach deinen eigenen Namen oder den Namen von der Webseite benutzen. Das Passwort kannst du auch automatisch generieren. Dann musst du am Ende noch deine E-Mail-Adresse angeben, die Haken setzen, dass du die ganzen Hinweise gelesen hast und dann kannst du direkt mit der Installation starten. Und dann bist du damit auch schon fertig. WordPress wurde installiert. Die ganzen Zugangsdaten, die bekommst du auch nochmal per E-Mail zugeschickt. Und dann findest du in dieser Oberfläche auch direkt die URL, beziehungsweise den Link, über den du dich bei deiner WordPress-Webseite anmelden kannst. Da kannst du kurz draufklicken, dann die Seite öffnen und dann musst du in diesem Bereich deinen Benutzernamen und das Passwort eingeben, das du gerade erstellt hast. Diese Seite, die solltest du dir auch abspeichern. Und wenn du deine WordPress-Webseite bearbeiten möchtest oder neue Blog-Beiträge erstellen möchtest, dann kannst du dich hier direkt einloggen und dann kannst du die ganzen Änderungen vornehmen. Und so sieht die Benutzeroberfläche in WordPress aus. Die Webseite, die wurde jetzt erstellt. Ich kann nochmal ganz kurz zurückgehen in diesem Bereich. Hier gibt es ganz unten auch noch den Button, dass die Zugangsdaten dir per E-Mail zugeschickt werden sollen. Hier solltest du am besten nochmal kurz draufklicken, damit du die Daten auch in deinem E-Mail-Postfach hast. Und als nächstes zeige ich dir, wie du deine WordPress-Webseite einrichtest. Dafür gehe ich wieder zurück in das WordPress-Dashboard. Das Erste, was ich dir empfehlen würde zu machen, ist einmal das Dashboard aufzuräumen. Das kannst du machen, indem du oben rechts auf Ansicht anpassen klickst. Und dann kannst du hier überall die Haken entfernen und das dann wieder zuklappen. Und dann hast du hier schon mal eine saubere Ansicht. Und wenn du deine Webseite aufrufen möchtest, dann kannst du das machen, indem du oben links mit der Maus einfach nur über deinen Domain-Namen gehst. Darunter findest du den Text zur Webseite. Und wenn du hier draufklickst, dann öffnet sich automatisch deine Webseite. Das ist natürlich noch ein großes Durcheinander, aber wie du das aufräumst, das werde ich dir gleich zeigen. Zuerst möchte ich ein SSL-Zertifikat für diese Webseite erstellen. Wenn du zum Beispiel links neben den Domain-Namen schaust, dann siehst du, dass diese Webseite oder diese Domain nicht sicher ist. Und das liegt daran, dass wir noch kein SSL-Zertifikat haben. Und das SSL-Zertifikat, das ist eine Sache, die du wieder in All Inkel freischalten kannst. Deswegen gehe ich nochmal zurück in die technische Verwaltung. Hier findest du auf der linken Seite die Domains. Da musst du einmal kurz draufklicken. Und dann wählst du auf der rechten Seite neben deiner Domain bearbeiten aus. Dann findest du in diesem Bereich einen SSL-Schutz. Und wenn du hier wieder auf Bearbeiten klickst, dann kannst du diesen SSL-Schutz aktivieren. Und weil ich den günstigsten All Inkel-Tarif habe, ist das SSL-Zertifikat bei mir nicht inbegriffen. Deswegen muss ich das zuerst freischalten. Und das kannst du in der Members Area machen. Deswegen gehe ich nochmal zurück in diesen Bereich, klicke dann auf der linken Seite auf die Zusatzoptionen. Dann kann es sein, dass du dich nochmal neu einloggen musst. Dann klicke ich in diesem Bereich auf die Zusatzoptionen. Und dann findest du in diesem Bereich die SSL-Erweiterung. Die SSL-Erweiterung kostet 95 Cent pro Monat. Das bezieht sich dann aber auch auf alle Webseiten. Wenn du zum Beispiel in dem privaten Tarif auch drei Webseiten benutzt, dann musst du nur einmal für die SSL-Erweiterung bezahlen. Und du hast für jede Webseite automatisch das SSL-Zertifikat. Hier gibt es auch wieder die Möglichkeit, das Ganze im Voraus zu bezahlen. Dann bekommst du wieder einen Rabatt. Ich wähle die monatliche Bezahlung aus, klicke dann auf Weiter. Dann musst du den Vertrag noch abschließen und das alles bestätigen. Und dann kannst du als nächstes in der technischen Verwaltung das SSL-Zertifikat auch aktivieren. Ich würde dir vorher empfehlen, nochmal kurz den Lockout zu machen. Und dann kannst du dich nochmal neu einloggen. Dann gehst du wieder auf die technische Verwaltung und klickst auf den CAS Login. Dann klickst du auf die Domain. Klickst dann auf der rechten Seite auf Bearbeiten. Dann gehst du auf den SSL-Schutz. Und dann hast du die Möglichkeit, das SSL-Zertifikat zu aktivieren. Du musst einfach nur den Haken setzen und dann nochmal kurz auf den Button darunter klicken. Und dann wird das SSL-Zertifikat auch direkt aktiviert. Das SSL erzwingen solltest du auch noch auf Ja einstellen. Dann die Änderung speichern. Und das ist auch schon alles, was du in diesem Bereich machen musst. Es kann ein paar Minuten dauern, bis das SSL-Zertifikat auch auf deiner Webseite aktiv ist. Ich kann die Webseite mal aufrufen und nochmal aktualisieren. Aktuell wird hier noch die unsichere Verbindung angezeigt. Und jetzt wird die Verbindung auch als sicher angezeigt. Das heißt, das SSL-Zertifikat ist jetzt aktiv. Und wenn ein Benutzer deine Webseite besucht, dann wird auch keine Fehlermeldung mehr angezeigt. Dann gehe ich wieder zurück in das WordPress-Dashboard. Das kannst du machen, indem du oben links einfach auf den Domain-Namen gehst und dann auf Dashboard klickst. Dann muss ich mich nochmal neu einloggen. Und dann befindest du dich in dem Backend-Bereich von deiner WordPress-Webseite. Auf der linken Seite findest du das Menü. Über diesen Bereich kannst du dich in deinem Konto orientieren. Du kannst hier verschiedene Bereiche auswählen. Zum Beispiel haben wir ganz oben die Startseite. Hier hast du normalerweise einen kleinen Überblick über deine Webseite. Es gibt hier verschiedene Widgets, die du hinzufügen kannst, beziehungsweise Boxen, die du hinzufügen kannst. Du findest darunter die Beiträge. Das ist für eine Affiliate-Webseite tatsächlich einer der wichtigsten Bereiche, weil unter den Beiträgen hast du die Möglichkeit, neue Blog-Beiträge zu erstellen. Das kannst du machen, indem du einfach auf Erstellen klickst und dann wird dir eine leere Seite angezeigt. Und die kannst du dann mit Text befüllen. Du kannst Produkte beschreiben, du kannst Produkte vergleichen und dann kannst du in diesem Bereich natürlich auch deine Affiliate-Links hinzufügen. Darunter findest du die Medien. Dort kannst du Bilder hochladen und Videos und irgendwelche anderen Sachen, die du ganz gerne in deinen Blog-Beiträgen oder auf deiner Webseite benutzen möchtest. Und unter Seiten kannst du Unterseiten von deiner Webseite erstellen. Da kann ich auch einmal kurz draufklicken. Das sieht genauso aus wie der Bereich für die Blog-Beiträge. Hier kannst du auch einfach auf Erstellen klicken und dann kannst du eine neue Unterseite für deine Webseite einrichten. Unter den Kommentaren kannst du dann langfristig die ganzen Kommentare bearbeiten, die du für verschiedene Blog-Beiträge bekommst. Und unter der Design-Funktion hast du die Möglichkeit, das Grundgerüst von deiner Webseite zu bearbeiten. Das Grundgerüst, das ist immer ein Theme. Hier kannst du einmal kurz draufklicken und dann findest du verschiedene Themes, zwischen denen du wählen kannst. Das Theme, das hier gerade ausgewählt ist, das ist 2021. Das ist die Standardeinstellung von WordPress. Du kannst auch die ganzen anderen Themes erstmal löschen, indem du kurz draufklickst und dann unten rechts auf Löschen klickst, damit das Ganze hier ein bisschen sauberer aussieht. Und du kannst natürlich ein komplett neues Theme auswählen, indem du oben links einfach auf den Button Theme hinzufügen klickst. Und dann findest du hier ganz viele verschiedene Vorlagen, die du auswählen kannst. Du hast auch die Möglichkeit, nach bestimmten Funktionen zu filtern. Zum Beispiel kannst du einen Blog auswählen und dann auf Filter anwenden klicken. Ich persönlich bin ein Fan von dem Astra Theme. Das kannst du auch oben rechts in der Suche eingeben. Mit diesem Theme hast du wirklich viele Funktionen, die du nutzen kannst. Du hast auch viele Freiheiten, das Design anzupassen, so wie du es ganz gerne haben möchtest. Deswegen werde ich dieses Theme installieren und dann auch direkt aktivieren. Und dann kann ich das andere Theme auch löschen, damit es hier ein bisschen sauberer ist. Und wenn ich jetzt nochmal die Webseite aufrufe in einem neuen Tab, dann sieht die Seite auch schon ganz anders aus als vorher, weil wir jetzt ein komplett neues Theme haben. Und den ganzen Bereich, den du hier findest, den kannst du auch anpassen, indem du wieder in das WordPress-Dashboard gehst und dann unter Design auf Anpassen klickst. Dann wirst du automatisch in die Theme-Einstellungen weitergeleitet. Und hier findest du auf der linken Seite ganz viele verschiedene Bereiche, die du alle bearbeiten kannst. Auf der rechten Seite findest du direkt einen Vorschau-Modus, damit du auch sehen kannst, wie sich die Änderungen auf deine WordPress-Seite auswirken. Es gibt auch eine Pro-Version von Astra, aber meistens reicht die kostenlose Version vollkommen aus, besonders wenn das deine erste Webseite ist und du erstmal nur ein paar Sachen testen möchtest. Zum Beispiel gibt es hier die globalen Einstellungen. Hier hast du die Möglichkeit, die Typografie, also die Schriftart anzupassen für die komplette Webseite. Dann findest du hier noch Farbeinstellungen. Du kannst die ganze Farbpalette anpassen. Du kannst den Container anpassen. Das ist das Design von deiner Webseite. Zum Beispiel kannst du das kleiner machen. Und dann werden die ganzen Bereiche etwas zentraler in der Mitte platziert, aber eine Containerbreite von mindestens 1100. 1100, das solltest du schon wählen. Das ist dann auch kompatibel mit den meisten Geräten. Das Layout kannst du in diesem Bereich anpassen. Also ob du ein Box-Layout benutzen möchtest, das ist dann so ein Layout, was wir hier schon ausgewählt haben. Du hast auch die Möglichkeit, eine volle Breite zu benutzen. Dann hast du nicht diese Boxen, dann ist das wirklich alles komplett weiß und geht ineinander über. Ich persönlich finde eigentlich das Box-Layout ganz gut. Und dann kannst du auch nochmal für das Seiten-Layout, also für die Unterseiten auf deiner Webseite, das Layout anpassen und genau das gleiche auch für die Blog-Beiträge. Dann findest du in diesem Bereich auch noch Einstellungen für die Buttons. Hier kannst du das Design anpassen und die Farbe anpassen und den Text anpassen und so weiter. Und dann findest du den Header-Bereich. Hier kannst du den Titel von deiner Seite anpassen und auch das Menü anpassen. Aktuell haben wir noch kein Menü. In dem Menü kannst du dann die ganzen Seiten von deiner Webseite hinzufügen. Die werden dann oben rechts in der Ecke alle angezeigt. Dafür musst du aber natürlich erstmal die ganzen Seiten erstellen. Dann findest du hier auch noch Einstellungsmöglichkeiten für deinen Blog. Hier kannst du auswählen, wie die Vorschau von einem Blog-Post sein soll. Du kannst das Design anpassen und dann gibt es hier auch noch ein paar weitere Einstellungsmöglichkeiten für die einzelnen Blog-Beiträge, was dort angezeigt werden soll und so weiter. Das kannst du dir alles später nochmal in Ruhe anschauen. Ich wollte dir nur erstmal ganz kurz zeigen, dass es diesen Bereich gibt und dass du hier das ganze Design und das ganze Layout von deiner Webseite anpassen kannst. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück und dann findest du in dem WordPress-Dashboard auch noch die verschiedenen Plug-Ins. Mit einem Plug-In kannst du Zusatzfunktionen für deine Webseite freischalten. Ich würde dir empfehlen, mit den Plug-Ins wirklich möglichst sparsam umzugehen, weil manche Plug-Ins auch Sicherheitslücken haben und mit jedem Plug-In erhöhst du die Chance, dass deine Webseite gehackt werden kann und teilweise kann es auch Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Plug-Ins geben und dann kann es sein, dass deine Webseite irgendwann nicht mehr funktioniert. Aber es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, welche Funktionen du ganz gerne haben möchtest und welche Plug-Ins dafür am sinnvollsten sind. Ansonsten findest du auf der linken Seite nur noch den Benutzerbereich. Hier hast du die Möglichkeit, anderen Personen Zugriff zu deiner Webseite zu geben und in den Einstellungen kannst du ein paar allgemeine Sachen zu deiner Webseite anpassen. Da kann ich auch noch mal kurz draufklicken. Hier kannst du zum Beispiel den Titel von deiner Webseite anpassen und den Untertitel. Und der wichtigste Bereich in den Einstellungen, das ist eigentlich der Lesenbereich. Hier hast du nämlich die Möglichkeit, eine Homepage auszuwählen, also eine Seite, auf die ein Benutzer weitergeleitet wird, wenn er deine Webseite besucht. Hier wird aktuell nur eine Sample-Page angezeigt, weil ich noch keine Seiten erstellt habe. Aber du kannst unter dem Bereich Seiten auf der linken Seite eine neue Seite anlegen, die du ganz gerne als Startseite benutzen möchtest. Und wenn du die hier auswählst, dann wird die auch immer angezeigt. Genau das Gleiche musst du für deine Blogbeiträge machen. Du musst zuerst eine Seite erstellen. Diese Seite, das ist dann die Übersichtsseite für deine Blogbeiträge. Und wenn du die hier als Beitragsseite auswählst, dann wird eine Person auf diese Übersichtsseite weitergeleitet, wenn sie in dem Menü zum Beispiel auf Blogs klickt. Und dann werden in diesem Bereich auch die ganzen einzelnen Blogbeiträge angezeigt. Ich kann dir das auch noch mal ganz kurz zeigen. Ich klicke einfach kurz auf Seiten, klicke dann oben links auf Erstellen und dann gebe ich hier kurz den Titel ein und schreibe hier rein Startseite, klicke dann auf Veröffentlichen und dann gehe ich wieder zurück in WordPress, klicke wieder auf Erstellen und schreibe hier rein Blog, klicke auf Veröffentlichen, gehe wieder zurück und dann gehe ich noch mal in die Einstellungen, klicke auf Lesen und dann kann ich hier eine statische Seite auswählen und dann wird hier die Startseite angezeigt und die Blogseite. Das Ganze speichere ich dann ab und kann dann auch theoretisch direkt ein Menü erstellen, indem ich auf Design klicke und dann die Menüs auswähle. Dann musst du deinem Menü zuerst einen Namen geben, ich nenne das einfach Menü, klicke dann unten rechts auf Menü erstellen und dann klickst du auf der linken Seite auf Alle Seiten anzeigen und dann kann ich hier zum Beispiel die Startseite und den Blog auswählen, klicke dann auf Zum Menü hinzufügen und dann wird das hier auf der rechten Seite angezeigt und dann kann ich das Menü auch direkt speichern. Das Menü musst du dann natürlich auch noch in den Theme-Einstellungen auswählen, indem du auf Anpassen unter Designs klickst und dann findest du unten in der linken Ecke die Menüs. Da klickst du kurz drauf und dann wurde das schon automatisch ausgewählt, deswegen muss ich hier gar nichts mehr anpassen. Das wird jetzt auch oben rechts in der Ecke angezeigt und wenn du einen Blog-Beitrag erstellen möchtest, dann klickst du einfach auf Beiträge, dann klickst du auf Erstellen und dann kannst du deinem Blog-Beitrag einen Titel geben. Dann kannst du in diesem Bereich deine Produkte beschreiben oder Produkte vergleichen. Du kannst ein Bild von einem neuen Produkt hinzufügen und dann kannst du hier natürlich auch deine Affiliate-Links hinzufügen. Du kannst den Affiliate-Link in einem Text verlinken, indem du den Text einfach markierst. Dann findest du hier dieses Zeichen und dann kannst du hier deinen Affiliate-Link hinzufügen. Wenn du zum Beispiel das Amazon-Affiliate-Programm benutzt, dann kannst du hier ein Produkt auswählen und dann einfach auf den Text klicken und dir den Affiliate-Link rauskopieren. Dann gehst du wieder zurück zu dem Beitrag, fügst hier den Link ein. Dann kannst du auswählen, dass der Link bzw. der Tab in einem neuen Fenster geöffnet werden soll und über diesen Weg kannst du die Affiliate-Links in deinem Blog-Beitrag hinzufügen. Wenn du irgendwelche Änderungen vornimmst, dann musst du das natürlich auch noch veröffentlichen, damit das übernommen wird. Dann kann ich die Seite auch noch mal aktualisieren. Hier wird jetzt das Menü angezeigt und wenn ich auf Blog klicke, dann finde ich hier die Blog-Beiträge. Der Beitrag Hello World, das ist ein Standard-Blog-Beitrag, der direkt am Anfang erstellt wird. Den kannst du natürlich auch direkt löschen. Den findest du hier, indem du einfach auf Papierkorb klickst und dann gehe ich noch mal zurück, aktualisiere das und dann verschwindet der auch direkt. Und wenn ich jetzt auf den Blog-Beitrag klicke, dann wird hier der Text angezeigt, den ich gerade erstellt habe. Der Affiliate-Link, der wurde hier jetzt nicht übernommen. Da ist wahrscheinlich irgendetwas falsch gegangen. Deswegen gehe ich noch mal kurz zurück, klicke auf Bearbeiten, wähle noch mal den Text aus, klicke hier drauf, füge wieder den Link ein und bestätige das noch mal mit Enter, aktualisiere den Blog-Beitrag und gehe dann wieder zurück auf die Seite, aktualisiere die auch noch mal und jetzt wird der Link hier auch angezeigt. Und wenn ich hier draufklicke und dann siehst du, dass hinter der Domain eine ganz lange URL angezeigt wird, das ist der Affiliate-Link. In dieser URL befinden sich die ganzen Informationen beziehungsweise die ganzen Cookies, die gesetzt werden und darüber werden die ganzen Informationen gespeichert, dass dieser Affiliate-Link zu mir gehört und wenn eine Person dann etwas über diesen Link kauft, dann bekomme ich eine Provision dafür und das wird alles über diese lange URL an Amazon weitergegeben. Ja, und das war es auch schon. Du weißt jetzt, was Affiliate-Marketing ist und wie es funktioniert. Ich persönlich finde, dass Affiliate-Marketing wirklich eine super Sache ist für jeden, der etwas Neues lernen möchte oder das Internet einfach nur etwas besser verstehen möchte. Gleichzeitig hast du die Möglichkeit, eine zusätzliche Einnahmequelle zu erzielen, ohne dabei irgendein großes Risiko einzugehen. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas Neues lernen konntest, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben geben kannst. Abonniere meinen YouTube-Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in dem nächsten Video.